hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von einem fisch mit mir dem jan jetzt setze ich hier fortwarte sofort setzen so Ah, okay, jetzt kann ich hier die Level noch von den anderen machen. Fange ich oben an. Hochlandkugel. 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 Jetzt muss ich mit dem hier irgendwie wegkommen. Ernsthaft? Kann ich das eigentlich runter? Aber versuche ich gar nicht. Ich ziehe runter die Treppen. Gibt es einen Hund? So. Wo ist denn der Hund? Beziehungsweise wo wohne ich denn hin? Mal sehen wo es hier jetzt hingeht. Oh. Ah. Ab jetzt. Erinnert mich ein bisschen an GTA. Mit den Spezialautos immer. Verlastend. Erinnert mich. 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 Hört sich so an wie ein Fußball manchmal. So wie ein Plastikball früher. Erinnert mich. Erinnert mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, ich hab doch Wasser berührt! So. So. Geschafft! Wow, das erste Mal 5 Sterne. Level 2. Altbach. Level 2. Waldbach oder Waldsehen? Das sind ja Bächleien, die zwischendurch immer ausgetrocknet sind. So. 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 Gesehen Ich bin von hier rausgekommen Muss hier irgendwie hoch, ne? Alter Alter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein. Oh nein. Boah, ich hasse diese Flasche. Oh nein. 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 Oh Workersitas. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach nee Klar Okay. Ich seh den Fisch gar nicht. 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 Ich lass mich jetzt einfach fangen. Ich will hier rein, ich will hier rein. Ich muss hier irgendwo anders rein. Ich will hier rein, ich will hier rein. Ich komm hier nicht rein. Geht der hinten irgendwie weiter? Ja. 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 A BITE! A BITE! Das geht aber auch nicht. Ich weiß nicht wo ich hin muss. A BITE! Das ist ein BITE! Das ist ein BITE! Das ist ein BITE! Komm, die BITE! Almost there! Prostees nicht. dann würde ich jetzt aber erstmal sagen vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao